Hey Leute und willkommen zu Fabelcraft Folge 3. Ich bin ja in der letzten Folge gestorben. Ähm, ja. Ich kann jetzt leider nicht mehr auf Skype antworten, weil ich jetzt hier aufnehme. Und ihr seht, wir sind halt hier immer noch im Todesscreen. Und wir spawnen gerade hier. Also wir müssen wieder zu unserem Portal gehen. Mal gucken, ob unsere Leiche noch dort liegt. Ich werde mal gucken. Ich werde mich jetzt mega schnell dahin begeben. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, also mega schade, dass wir jetzt gestorben sind. Und mal gucken, wie das Ganze jetzt so wird. Wie gesagt, mein Text-Repack ist in Default-Edit. Das heißt, es sieht auch ein bisschen Default aus, logischerweise. Aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen langsamer gehen. Und mal gucken, wo wir waren. Ich glaube, wir sind hierher gegangen, oder? Ich glaube, das müsste richtig sein. Das ist echt schade. Aber hier, durch diesen Quicksand, also diese Art Treibsand, sind wir auf jeden Fall nicht gegangen. Ich muss aber gucken, wo wir überhaupt herkamen. Wir werden das niemals mehr wiederfinden, Leute. Mal gucken, ob wir überhaupt ansatzweise was finden werden. Ich werde jetzt erstmal diese Purple Flower mitnehmen. Um mal einen Erfolg zu bekommen. Und wir werden jetzt mal gucken. Also hier auf jeden Fall nicht. Wir könnten ja mal weiter nach da hinten gucken. In Skype wird gerade gespammt, obwohl das die Aufnahmekampf ist und man dann nur reinschreiben soll, ob man aufnimmt. Aber egal, ich werde auf jeden Fall keinen einzigen Schritt mehr in der Nähe dieses Portals wagen. In die Nähe dieses Portals, sorry. Weil dort ja diese gefährliche Mob ist. Bienenstock? Ne, da gehe ich lieber nicht hin. Ne, da kommen da wirklich noch Bienen raus. Ich habe kein Schwert, kein nichts. Also ich finde es jetzt schade, dass wir gestorben sind. Wir hätten wirklich nicht da reingehen sollen. Das war wirklich sehr, sehr dumm. Von mir aus auch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob Pferde Fleisch bringen. Deswegen weiß ich es jetzt erst mal. Also das war es schon mal nicht. Schade, schade, schade. Schokolade. Hä, wo waren wir denn? Ich meine, das muss man doch wissen. Ja, sonst haben wir halt mega viel jetzt verschwendet an Zeit. Höchstwahrscheinlich ist unsere Leiche auch verbrannt. Ich weiß ja nicht, ob sie verbrennt, aber ich weiß, dass ich gerade den Scheißfehler gemacht habe. Und ich muss einfach nur dieses Dings wieder finden. Komm, Beere. Was ist das? Irgendeine Blume. Heben wir Strauch. Mitnehmen, mitnehmen. Hebenbeere. Beere bringen wir jetzt auch nicht so viel, die Beere. Ja, das war extrem dumm, was wir da gemacht haben, was ich da gemacht habe. Ich kann es ja jetzt nicht euch in die Schuhe schieben. Ähm, ich weiß nur, dass hier jetzt ein Wasserfall ist und wir dort mal gucken können. Das war extrem dumm. Ich glaube, wir fahren uns jetzt einfach nochmal neu, die Sachen. Egal, haben wir jetzt halt mal ein bisschen was verloren. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm. Ich würde gerne auf den Berg, weil vielleicht ist das der Berg, wo wir ja waren. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Oder sonst würde ich gerne hier rein, aber erst würde ich gerne zu dem Berg da. Kommt diesen Doppelsprint nicht klar. Mit Steuerung kann man nicht sprinten. Ja, ich muss immer Doppel-W drücken und damit komme ich nicht klar. Hier ist jetzt einfach Rotten Flash und ich wurde dann noch nicht mal... Ich hätte da... Ich habe dadurch noch nicht mal einen Debuff bekommen. Das ist nice. Sonst werden wir jetzt erstmal einfach hier Holz abfällen und müssen jetzt leider alles von neu machen. Natürlich super gelaufen jetzt. Wenn wir jetzt in dieser Folge nochmal sterben, dann können wir noch nicht mal zurück, um unsere Sachen zu holen. Aber das Gute ist, dass die Leichen nicht oder zumindest langsam despawn. Also ihr seht, die Welt sieht hier auch komplett anders aus. So, jetzt werden wir uns erstmal wieder die Standard-Tools machen müssen. Typisch ich, kann ich dazu nur sagen. Oh man. Also doof. Echt doof gelaufen. Aber da kann man jetzt ja auch nichts machen. Bringt jetzt ja auch nichts, jetzt viel weiter rum zu motzen. Dass wir gestorben sind. Wir haben immerhin wieder ein Schwert und unsere Standard-Tools gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach wieder den Wasser voll runter. Aber ich dachte, das wäre der Berg gewesen. Aber es war doch nicht der Berg. Hä? Doppel W, ne? Ah, jetzt geht's. Gerade ging's nicht. Wie ist ein Bienenstock? Also über diese Bienenstöcke werden ich... Werde ich sicher selber nicht drüber gehen. Denn nachfällt es auch... Bringt jetzt ein Pferd eigentlich? Fleisch? Ne. Pferdefleisch. Nein, weil das kann ja wirklich sein. Als ob das das jetzt ist. Oh mein Gott, wir haben's gefunden, Leute. Aber unsere Leiche wird eh despawned sein. Hier müssen wir jetzt extrem aufpassen. Wir werden jetzt ein paar Blöcke farmen. Aber unsere Leiche wird eh despawned sein. Ich werde mir jetzt mal ein paar Blöcke gönnen. Um mich dann da gleich irgendwie drüber zu bauen. Spitzacke bringt eh nichts, aber... Gut. So. 17 Erdblöcke, das reicht. Dann lasse ich hier mal den steigen Block... Nein, 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 nein. Lass mich raus, lass mich raus. Oh. Das war knapp. Dürfen nicht in das scheiß Wasser. Ich vergesse mal, dass man hier drauf sneakt. Aber unsere Leiche ist despawned, GG. Natürlich super gelaufen jetzt. Aber dann... Aber na gut. Das war mega knapp. Ich wollte schon grad... Die Folge schon wieder beenden. Okay. Ich werde mal gucken, ob das Wasser da jetzt so draufkommt, dass... Vielleicht die komplette Lava gelöscht wird. Ich werde auf jeden Fall nicht reingehen. So. Na gut. Egal. Ist mies gelaufen. Haben wir jetzt unsere Sachen verloren. Aber na gut. Ja Leute, ich wurde gestört. Es kann sein, dass ich gleich gleich nochmal gestört werde. Aber ich bin direkt vom Zwer runtergegangen. Also keine Angst. Da dürfte es keinen Strike geben. Hab auch mit aufgenommen, wie ich noch vom Zwer runtergegangen bin. Weil halt jemand mal mit geschält hat. Aber das müsste gar nicht so schlimm sein. Hier haben wir uns hochgebaut, Leute. Also wir könnten nochmal in der gleichen Höhle sozusagen main gehen. Und das werden wir, glaube ich, auch tun. Moin. Es ist nämlich grad auch jemand zufällig auf dem Server. Und da bin ich dann mal gespannt. Also die Dias haben wir jetzt verloren natürlich. Aber mir wurde gesagt, dass die sogar des Öfteren spawnen. Das heißt... Das Ganze geht gleich. Also ich hoffe, dass wir dann nochmal welche finden. Auf jeden Fall. Aber na gut. Wir müssen jetzt wieder die Stein-Tools machen. Und wir brauchen natürlich nochmal Holz. Habe ich ganz vergessen. Oh man, ich bin so ein Idiot. Okay, egal. Dann lassen wir den Kraftwerk-Table kurz hier. Und gehen kurz an die Oberfläche, um uns Holz zu holen. So. Also es könnte sein, dass ich gleich nochmal gestört hätte. Werde wie gesagt, dann muss ich einfach ganz kurz die Folge beenden. Geht ja klar. Dann gehe ich direkt vom Server und nehme mal noch auf, wie ich vom Server runtergehe. Und dann beende ich die Folge einfach ganz kurz wieder. Also nicht beenden, sondern ihr wisst schon, denke ich mal, wie ich es meine. Okay. So viel dazu. Zumindest nice, dass man sein Texture-Pack auch behalten kann. So. Das mitnehmen. Vielleicht kann man überhaupt ein neues zu craften. Und wir dafür auch ein Holz zu wenig hätten. Dann müssen wir uns jetzt alles nochmal neu farmen. Leider, leider, leider. Bone Pill. Was ist das denn? Hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Ne, das ist Zinn. Gibt aber genauso aus wie Eisen. Was kann man mit Zinn machen? Nichts. Okay. Dann lasse ich es erstmal. Also ist jetzt mega unglücklich gelaufen, das ganze Leute. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Das war auch extrem dumm. Aber Lapis, Lazuli, Erz. Ich hab... Also mit Lapis bin ich gerade behindert. Ich hab gerade völlig... Lapis gibt's ja schon so, ich Idiot. Und mit Lapis, Lazuli, Erz kann man halt so Lapis-Velokonsumachen. Das hab ich ganz vergessen zu sagen. Also ich weiß natürlich, was Lapis ist, ne, ist klar. Das hab ich in einer Folge, glaub ich, falsch erwähnt. Also ich muss jetzt erstmal einen Ofen machen. Und ich brauch später nochmal ein bisschen Kohle. Aber Brightness-Level wurde nicht bestimmt. Das heißt, man kann es auch auf hell machen. Jetzt ist es auf komplett hell. Leider kann es nicht noch heller machen, außer man hat ein Hecklein. Was ich natürlich nicht habe. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kupfer für uns. Aber wir brauchen diese Kohle jetzt, glaub ich, langsam. Aber wenn wir keine Kohle haben, können wir halt nichts braten. Außer mit Holz natürlich, oder? Ja, mit Holz müsste es auch gehen. Holz-Kohle. Eurid-Köle. Glaub, das ist von der 1.8, oder? Ne, aber es ist ja gar keine 1.8 hier. Habe ich mich gerade erschrocken, wegen dem Gravel. Das ist auch Gravel. Das sieht hier in den Text-Effekt voll anders aus. Nehm lieber Abstand. Das ist, wenn ich Gravel. Und hinterher sterbe ich noch an Gravel. Das wäre jetzt ziemlich schlimm. Ja. Okay. Bernstein. Brauchen wir aber, glaub ich, nicht. Also diese Erze wie Bernstein und so brauchen wir, glaub ich, gar nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Unsere Verhältnisse. Und jetzt eine Höhle mit einem Creeper. Creeper, geh weg. Okay, wir haben ihn gekillt. Wir könnten jetzt natürlich hier reingehen, was wir jetzt auch machen werden. Bin ich viel zu neugierig. Aber wenn die nur ansatzweise Monster sind. Oh. Ach, ich geh mal auf mich behindert. Feindliche Kreaturen habe ich auf hoch. Okay. Wenn die nur ansatzweise Monster sind. Dann hinter mir. Wenn ich was abbau, dann geh ich direkt weg. Wir brauchen jetzt, wenn ich hier erstmal die Kohle in Höhlen, findet man eigentlich sehr, sehr viel. Zumindest in diesem Modpack. Natürlich auch so in echt, in den richtigen Minecraft, also halt im Vanilla. Aber im Modpack ist es nochmal extremer mit Höhlen. Ihr seht auch, hier gibt es verschiedene andere Sachen in Höhlen. So Leuchtdinger. Dann hier so leuchtende Büsche oder irgendwie sowas. Gibt es hier viel verschiedene Sachen in Höhlen. So jetzt haben wir erstmal genug Kohle. Dann können wir unsere Erze schon mal beraten. Ich würde auch sagen, wir bauen uns hier erstmal so eine kleine Base hin. Mit einem Dings. So. Bauen wir uns dann nochmal eine Fackel Dings. Also vier Fackeln. Mehr brauchen wir nicht. Nur damit wir jetzt ganz hier mal ausleuchten. So ein bisschen. Und das dann hier in den zweiten Ofen hinstellen. So. Die Hälfte hier rein mit dem Kupfererz. Also es lohnt sich jetzt eh nicht, das Eisen zu braten. Aber ich werde es trotzdem einfach mal reinpacken, weil wir jetzt eh mehr finden werden. Da oben zumindest. Müsste Eisen sein, ja. Okay. Und Gold. Das können wir noch nicht abbauen, ne? Nein. Das ist mir nicht auch praktisch. Ich weiß nicht, ob man jetzt im Modpack was Spezielles damit machen kann. Aber für Goldäpfel ist es so oder so praktisch. Für zum Beispiel PvP-Bands. Ah. Dün-dün-dün-dün. Amen. Ja, wir können die Folge jetzt ja etwas länger machen. Dafür, dass die letzte Folge dann so kurz war. Nehme ich das einfach mal im Kauf. Das war extrem dumm. Ich denke, unser Eisen werden wir schnell wiederbekommen. Aber die Dias. Naja, so selten sollen sie jetzt in diesem Modpack auch nicht sein. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Das Ganze ist halt schade. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Okay. Ich habe ja noch Blöcke. Ja. Wir brauchen jetzt Essen. So langsam. Und hier sind Dinger. Zombies. Wie stark sind die denn? Oh. Scheiße. Leute, die sind zu stark für uns. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal hier weg. Die kommen schon zu uns. Dann lassen wir jetzt einfach mal unsere Öfen und so zurück. Und gehen jetzt hier erstmal raus. Nein, wir werden sterben. Wir werden sterben. Okay. Okay, einbauen. Puh. Wir haben kein Essen mehr, Leute. Wir müssen jetzt raus und Essen finden. Das ist echt schwierig, hier in diesem Modpack zu überleben, wenn du es nicht kennst. Wo war denn hier der Ausgang? Wo war denn hier der Ausgang? Wo war denn hier der Ausgang? Leute, ich habe gerade nichts gesagt, weil ich mich konzentrieren musste. Wir können nicht mehr sprinten. Ich dachte, da hinten wäre der Ausgang gewesen, aber war aber nicht. Wir haben nur noch diese Holzspitzhöcke. Weil der Crafting Table da hinten bei den Mobs steht. Hilfe dies, wenn du bei Wasser bist. Also ich weiß nicht, ob er bei Wasser ist. Wenn er bei Wasser ist, dann soll er mir helfen. Weil er würde mir auch so helfen, aber... In einer Höhle kein Essen und Mobs da hab ich eingebaut. Dies. Nice one. Die Scheiße ist nur, dass wir jetzt unser Holz brauchen. X minus 115 Y 42 Z 103 D6 Okay, C weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab's einfach mal dahingeschrieben jetzt. Ich glaub, das ist die Höhe. Aber Y kann auch die Höhe sein. Keine Ahnung, egal. Ne, das ist nicht die Höhe. Okay, TRX. Ja, dann müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen chillen, Leute. Sorry. Sind sogar Dias hier. Wo waren jetzt die Dias? Hier. Okay. Also das war jetzt natürlich extrem schade. Oder scheiße. Ich werde mich jetzt hier hochbauen. Und dann den Gang in Strip Mining in Strip Mining wollte ich schon sagen. In, äh, meinen Gang hier runtergehen. Dann werden wir ja die Dias finden. Immer wieder die Cordis ausmachen. Ist ja egal. Man sollte ja nicht unbedingt immer kämpfen, dass er jetzt nicht war oder so. Aber trotzdem. Und wir haben unsere letzte Spitzhacke. Hat den Geist aufgegeben. Das ist sogar ein Skelett. Also ich kann nichts machen. Ich kann mich natürlich hier mit der Faust rausbuddeln. Aber das dauert halt. Die Spitzhacke ist einfach weg. Kaputt. Kaputsch. Kann nichts machen. Leute, das wird jetzt etwas langweilige Folge. Sorry, ich bin schon mal dafür. Aber, ja. Was kann man denn machen? Ich kann jetzt noch so sieben Minuten hier aufnehmen. Aber ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. keine Spitzhacke mehr. Ich muss mich hier mit ausdrucken. Das ist natürlich jetzt mega langweilig für euch. So, ich bin schon dafür, wie gesagt. Aber, kann man jetzt nichts machen. Ich will ja auf jeden Fall nicht sterben. Mein zwei Herzen sind jetzt nicht viel. Und ich weiß nicht, ob das hier auf Hardcore eingestellt ist. Kann man das hier gucken. Normal steht hier. Ich weiß nicht, ob man das hier einstellen kann. Kann man sogar einstellen. Ich bin auch friedlich, aber wird wahrscheinlich hier nicht gehen. Moment, er hat das Spiel verlassen. Lol. Ich darf nicht drunter grebble sein. Das finde ich am Arsch. Okay, sehr gut. Er hat das Spiel verlassen. Angeblich. Oder ist er jetzt wieder beigetreten? Steht zumindest noch im Tab. Er ist wieder beigetreten. Also, X Minus 113 Y 56 Z 91 Ich wünsche ihr, wer immer Gravel, dann könnte ich mich hier leichter rausbundeln. Ich habe gerade einen Creeper, der geschlagen wurde, gehört. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch nur eine Fledermaus. Oh Mann. Das ist jetzt mega lang, weil ich für euch bestimmt. Aber es geht halt nicht anders. Ich habe Schritte gehört. Wahrscheinlich ist es eher sogar. Ne. Ne, das bin ich mehr auf dem Gravel. Ich dachte schon, er wäre es. Immer dieser Moment, wenn ich das abbreche. Kann sein, dass wenn hier ein Hunger verreckt. Ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein. Vor allem, weil abbauen auch noch Energie kostet. Ich hoffe, er ist so langsamer da. Weil es ganz schön extrem langweilig wird. Oh Mann. Oh Mann. Habe ich diese Spitzheit, die auf meinem Rücken gerade ist, noch? Äh, Back Tools. Aber das zählt nicht. Wenn die kaputt ist, dann ist die einfach trotzdem noch auf meinem Rücken, glaube ich. Steht zumindest hier so. Oh Mann, das ist so langweilig, Leute. Das ist einfach so langweilig. Aber wenn ich es geschafft habe, kann ich allen meinen Freunden erzählen, ich habe mich mit einer Stein aus dem Berg rausgegraben. Hätte ich jetzt irgendwie sowas wie gesagt, stellt mir Fragen oder so. Und ich hätte ein paar mehr Zuschauer, könnte ich natürlich zu Fragenantworten machen. Aber das geht jetzt leider nicht. Na, was habt ihr denn heute so gemacht? Könnt ihr mir ja gerne mal an die Kommentare schreiben. Weil ihr überhaupt bis hierhin geguckt habt. Ich weiß nicht, ob ihr das so gemacht habt. Entschuldigung, ich habe dir vorgespürt, wenn ihr überhaupt bis hierhin geguckt habt. Oh Mann. So lange dauert das. Hätte ich wenigstens noch mein Kopfnick-Table, könnte ich mir wenigstens noch irgendwie, keine Ahnung, was machen, weil die Sticks habe ich ja. Ihr seht, ich könnte mir hier raus jetzt noch Sticks bauen. Und dann, jetzt ist es das Ganze. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ich dachte schon, das wäre Erde. Ich habe mich ja voll gefreut. Ja, wir sind gleich an Auberfläche, da kommt es ja jetzt gleiches Granit. Wenn wir jetzt nochmal auf eine Höhle stoßen, bin ich am Arsch. Wann der jetzt vielleicht mal kommen, dauern sie noch die Dias. Hätte ich jetzt wenigstens noch eine Schelle Spitzhacki, wäre es ja gar nicht so schlimm, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon längst raus. Aber die habe ich leider nicht. Und hier ist sogar noch Gold. Wir finden hier so viel. Das glaubt ihr gar nicht. Granit dauert noch länger zum abbauen. Jj. Oh Mann. Oh nee, jetzt ist hier die ganze Zeit Granit. Und nee, das dauert noch mal ein paar Sekunden länger zum abbauen. 10 Jahre später. Ich sneak ja auch nicht oder so. Ihr müsst mich doch mal so langsam sehen. Was ist das eigentlich, Limestone? Geht auf jeden Fall schneller als Granit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur ein Bilder... Nee, das geht doch nicht schneller als Granit. Aber wir sind Höhe... 78. WTF? Jetzt muss doch mal langsam in die Oberfläche kommen, oder... Deshalb Höhe 100. Ich sag's euch, wir werden noch an Hunger verrecken. Oh Leute. Das ist so langweilig. Was kann man denn hier machen? Können natürlich auch auf Full-Risk gehen und das kannst du hier machen. Was bringt es eigentlich, wenn man die hier anbaut, die Büsche? Wenn da irgendwann mal was wächst, kann man noch nicht mal setzen. Jj. Ich dachte, hier könnte man wenigstens setzen. Wenigstens ist hier nicht so dunkel. Alter. Habe ich mich jetzt erschrocken. Wir hätten daran natürlich auch verrecken können, ne? Was lustig ist nur, wir könnten uns jetzt hier natürlich nach oben bauen. Einfach straight. Aber dann werden wir eh an Gravel verrecken. Ich mach's einfach. Wir haben jetzt hier ja noch so ne Ausweichmöglichkeit. Geh eing. Keh eing. Vielen Dank. Okay, ich habe ihn nur mal geschrieben, dass er mich nicht zu schlagen soll, falls er mich sieht. Ich habe noch eine Hungerkeule, ne? Leute, das ist echt stressig. Ich sehe ihn. Ich habe den Namen gesehen. Das ist bestimmt noch umbauen, war keine gute Idee. Ich habe den Namen gesehen. Ich habe den Namen gesehen. Ja. Dieser Spasti. Nein, er hat das noch nicht mal extra gemacht. Nein. Leute, ich bitte ihn, meine Sachen aufzusammeln. Mir sie dann zu geben, mir alles zu geben, untersehen wir uns in der nächsten Folge, höchstenscheinchen an der Oberfläche wieder, mit all meinen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Tschüss.